Hi Leute, ihr habt es bestimmt mitgerät. Ich habe zwar die Streams hochgeladen, die aber irgendwie nicht funktioniert haben. Das lag einfach daran, dass ich OPS nehme, als Aufnahmegerät für meinen Laptop. Und irgendwie hat das zur Zeit, ich habe keine Ahnung, es stürzt einfach ab, dann schreibt YouTube immer. So, nicht genug Dateien, gucke ich hier noch bei Einstellungen, bei Stream, so, da steht, ich nehme das YouTube volle Kontrolle über die Dateien hat, also es kann immer was nehmen, wenn du willst. Wie gesagt, ich habe da irgendwie keine Ahnung, vielleicht könnt ihr mir da helfen und ja. Ich kann auch, nachdem werde ich auf meinem Laptop gereicht, habe auch ein Video gemacht, das hochladen. Ciao. Ciao. Ciao.